Im drehenden Restaurant gibt es gerade ein Ground zu sehen, da unten, da wird gespielt, da gehen wir gleich hin, fünf Kilometer Fußweg und da kommen wir bestimmt nicht hin, aber dafür gibt es hier leckere koreanische Hausmannskost auf dem Hot Stone serviert. Wenn das nicht besser ist als ein Besuch bei Meckes, dann weiß ich auch nicht.